Ich würde ganz gerne mit euch, also ein kleines Tool auch für den Alltag, vielleicht kennen einige von euch hier diesen kinesiologischen Fingertest. Es ist so ein bisschen Ja und Nein. Also ihr macht die Finger ineinander, wie so zwei Kreise. Und der eine bleibt als Kreis und der andere zieht ein bisschen an diesem, wo die beiden Finger sich treffen, an dieser Lücke. Und ihr könnt innerlich eine Frage stellen. Ihr fragt euch irgendwas und dann geht ihr hin und nehmt ein bisschen Zug da drauf und dann merkt ihr, das öffnet sich, das ist Nein oder es bleibt geschlossen, dann ist es Ja. Ja, ihr könnt das mal für euch ausprobieren. So, und eine spannende Frage. Wir glauben ja von uns eigentlich, dass wir an die geistige Welt glauben oder dass wir an diese Raum- und Raumerfahrung, an den Prozess des Erwachens glauben oder dass wir da schon sehr sicher sind. Ja. Ich habe vorhin von diesen verschiedenen Ebenen erzählt, wie weit diese Realität schon in unser System eingesunken ist. Wie weit haben wir oder wie weit hat unser Verstand diese Realität in unserem System erlaubt zu etablieren? Und da gibt es auch bei uns verschiedenste Stufen, auch je nach Phase. Ja, es gibt ja auch Phasen im Leben, da sind wir ganz doll damit verbunden und wieder Phasen im Leben meistens, wenn es uns nicht gut geht, wo wir damit gar nicht verbunden sind. Und ihr könnt mal eure Frage stellen. Erstmal, ob euer Zweifler aktiv ist. Und dann könnt ihr in, könnt ihr nachher in Ruhe mal machen, wie viel Prozent in euch noch daran zweifelt, dass das so ist. Ja, also ihr könnt ja die, ihr macht mit Zehnerschritten, 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent, 40 Prozent und so weiter, geht ihr mal durch bis 100 Prozent und schaut mal, ab wann es schwächer wird. Ja. Und dann könnt ihr rausfiltern, wie stark euer Zweifler da noch ist oder wie weit ihr diese Realität in eurem System etabliert habt. Und damit könnt ihr dann auch wieder für euch arbeiten. Ja, dass ihr einfach wisst, ich öffne mich noch mehr. Ein Aspekt nämlich ist, wir sind ja in der Abtrennungserfahrung. Was bedeutet, wir sind irgendwann aus dem All-Eins-Sein herausgefallen in die Abtrennungserfahrung. Das bedeutet in uns eine Erfahrung, die sehr schmerzhaft ist, wo das All-Eins-Sein uns hat fallen lassen. Ja. So, warum soll ich jetzt mich wieder dem All-Eins-Sein anvertrauen, wenn es mich hat fallen lassen? Das ist ja ein Anteil in uns, der ja auch erstmal legitim ist, dass es so war und dass daher auch ein Zweifler kommt. Ja, warum soll ich mich da wieder öffnen, wenn mein größter Schmerz daherkommt? Das ist doch, da würde ich mich ja selbst zerstören. Natürlich wissen wir von unserem Verstand, dass diese Abtrennungserfahrung eine Erfahrung in Liebe ist, eine Erfahrung, wo wir in Liebe dienen als Spiegel für das All-Eins-Sein und dass wir niemals weg waren. Das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, dass wir abgetrennt sind. Wir waren nie abgetrennt. Wir sind immer verbunden. Wir waren auch immer verbunden. Es wurde eine Illusion erschaffen. Also, diese Illusion darf aufgelöst werden und dadurch kann der Zweifler auch immer mehr sich schlafen legen. Ja, aber das ist nochmal gut für einen selbst zu verstehen, warum habe ich diesen Zweifler? Warum vertraue ich nicht richtig? Warum habe ich vielleicht Probleme, mich hinzugeben? Genau aus diesem Grund. Ja. Okay. Dann könnt ihr euch nochmal die Frage stellen, welcher Glaubenssatz fällt dir spontan dazu ein? Gibt es noch einen Glaubenssatz in Bezug auf deine innere Welt? Also, welcher individuelle Glaubenssatz ist bei dir aktiv, der diesen Zweifler hervorruft? Was ist dein, man könnte es auch sagen, was ist dein Vorwurf an die geistige Welt? Oder was ist dein Glaube, dein Glaubenssatz, der manifestiert den Schmerz des Abgetrenntseins, des Herausfallen aus dem All-Eins-Sein? Schaut mal, ob euch da ganz spontan was kommt. Die Spontanen sind immer am kraftvollsten, denkt gar nicht groß nach und schreibt es euch einmal auf. Ja. Das sind wichtige, wichtige Informationen für uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020